Mit einer einfachen Formel in Excel eine Nachtschicht berechnen, das zeige ich euch in diesem kurzen Video. Wir starten am 2.4. um 22 Uhr mit unserer Schicht und beenden diese am 3.4. um 7.25 Uhr. Wir machen eine halbe Stunde Pause, Excel berechnet uns 8,92 Stunden. Ein Soll von 7,75 pro Tag, das bleibt das ganze Monat gleich. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr als eine Überstunde gemacht. Und das ganze wollen wir jetzt mit einer einfachen Formel gemeinsam berechnen. Ich habe hier folgende Überschriften angelegt. Einmal das Startdatum mit der Uhrzeit. Das heißt, am 2.4. beginne ich um 22 Uhr mit meiner Schicht und beende diese am 3.4. um 6 Uhr. Ich mache eine halbe Stunde Pause. Ein Stundensoll haben wir von 7,75 Stunden am Tag. Jetzt habe ich unsere Liste auf die Arbeitstage reduziert und wir wollen jetzt die Stunden automatisch berechnen. Das heißt, wir beginnen am 2.4. und die Schicht endet am 3.4. Das heißt, wir müssen hier eine kleine Formel anwenden. Das Ganze muss ich in Klammer setzen. C3 plus D3 setze ich in Klammer und Minus, Klammer auf, A3 plus B3. Mache ich wieder die Klammer zu. Dann muss ich hier allerdings folgendes bedenken. Dann muss ich hier mal 24 rechnen, weil wir im 24 Stunden Modus berechnen. Muss daher hier noch einmal das Ganze in Klammer setzen, weil Punkt vor Strichrechnung geht. Und wir wollen, dass das, was hier in Klammer steht, als erstes berechnet wird und erst dann die Stunden ausgerechnet werden. Und dann eben Minus der Pause 0,5. Hier ist das egal. Punkt vor Strichrechnung. Und dann kann ich hier die Enter-Taste tippen. Und so habe ich meine 7,5 Stunden. Jetzt mache ich eine intelligente Tabelle draus. Steuerung D. Tippt da irgendwo in die Liste rein. Steuerung D. Im Normalfall markiert da bereits unsere Liste. Ich drücke auf OK. Im Feiertag werden auch 7,75 Stunden berechnet. Und wir beginnen jeden Tag um 22 Uhr. Auch das Datum möchte ich hier runterziehen. Hier habe ich eben die Uhrzeit. Und so haben wir schon eine einfache Berechnung gestartet mit den 7,5 Stunden. Am nächsten Tag beginnen wir wieder um 22 Uhr und arbeiten ein bisschen länger. Bis 7 Uhr 15 zum Beispiel. Da möchte ich jetzt Pausen ganz nach unten ziehen. Und die Formeln ziehe ich ganz nach unten. Ihr seht es, hier werden bereits 8,75 reingeschrieben. Am nächsten Tag arbeite ich bis 0,8 Uhr 30. Und dann wieder ganz normal bis 6 Uhr im Rest des Monats. Und so habe ich schon meine Stunden. Jetzt möchte ich allerdings am Ende des Monats wissen, ob ich Plusstunden oder Minusstunden gemacht habe. Hier einmal bin ich um 0,45 Uhr nach Hause gegangen. Das wird dann auch hier berechnet. Damit das ein bisschen schöner ausschaut, kann ich das Ganze formatieren. Als Zahl mit zwei Dezimalstellen. Und hier sieht man dann wunderbar 7,25 statt 7,50 habe ich hier gemacht. Am Ende berechne ich dann die Sollstunden und die Iststunden. Korrigiere das jetzt auf 6,15 Uhr. Dann habe ich hier meine Sollzahlen. Und jetzt kann ich das Ganze einfach ausrechnen. Gehe hier, markiere diese zwei Spalten. Gehe hier auf Schnellanalyse, dann auf AGMisse und auf Summe. Und hier sehe ich bereits die Summe, die ich gearbeitet habe. Minus der Sollstunden. Da kann ich dann hier hergeben, die Stunden, die Iststunden. Da gebe ich einfach ein. Die Stunden, die ich tatsächlich gemacht habe. Minus der Sollstunden. Das brauche ich in diesem Fall nicht. Kann ich das rauslöschen. Und ich sehe, am Ende des Monats habe ich 2,75 Überstunden geleistet. Ja, mit dieser einfachen Formel könnt ihr das Ganze berechnen. Ihr könnt allerdings auch hergehen. Irgendwo hier habe ich um 6 Uhr begonnen. Ende die Schicht um 14 Uhr. 12 zum Beispiel. Muss ich auch das Datum ändern natürlich. Und ihr seht, auch hier haben wir 7,7 Stunden gearbeitet. 7,75 von 6 Uhr bis 14.12 Uhr. Eine 0,5 stündige Pause. Somit hat man immer sofort den Überblick, egal welche Schicht man gerade hat. Man muss einfach nur hier das Datum eingeben. Startzeit und die Endzeit.